Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Vapesene Investigation. Ich bin der Simon, die verkleidete Pflanze dahinten, das ist mein Co-Moderator Horst und hier geht es um das Thema E-Zigaretten. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Ich würde euch jetzt gerne mal erklären, worum es hier ganz genau geht. Die meisten YouTube-Dampfkanäle machen ja ganz viel Reviews, erklären auch technische Sachen. Das ist bei mir nicht so, sondern ich schaue am liebsten hinter die Kulissen. Was macht der Gesetzgeber zu dem Thema? Was passiert in der Branche? Und da fangen wir mal an. Bei mir ist nämlich alles schön sortiert in Playlists mit der Playlist Fakten im Nebel. Dort findet ihr entsprechend die Themenvideos. Wie sieht die Regulierung aus? Was ist beim Jugendschutz zu beachten? Wo hat vielleicht jemand mal jemanden verklagt und warum? Da kriegt ihr richtig viel Faktenwissen rund um das Thema, unabhängig von ganz aktuellen Sachen. Die aktuellen Sachen findet ihr in der Playlist Schnellschüsse. Das sind meine Kurzmeldungen, wo immer, wenn was Interessantes passiert, ich ganz schnell dazu was raushaue, damit ihr da Bescheid wisst. Dann gibt es noch regelmäßig ein Magazin. Das nennt sich Vapesene Inside, wobei regelmäßig, naja, es ist so alle drei bis fünf Wochen und da fasse ich dann ganz viele Themen aus dem In- und Ausland nochmal zusammen und gebe da auch nochmal den ein oder anderen Denkanstoß zu diesen Themen. Dann gibt es Licht und Schatten. Es gibt ja immer wieder Presseartikel, wo sich die Leute sehr aufregen oder sehr begeistert sind und die, die besonders positiv oder besonders negativ herausstechen, die bespreche ich in diesem Bereich. Dann gibt es noch die Quickies. Es ist nämlich so, die meisten, die Reviews machen auf YouTube, ziehen das immer sehr, sehr lang, sehr ausführlich und ich habe gedacht, warum beschränkt man das nicht auf das Wesentliche? Dabei sind die Quickies rausgekommen. Das sind Reviews zu Liquids oder auch Geräten und die sind auf das absolut Notwendigste beschränkt. Das heißt, sie sind teilweise bloß drei, vier Minuten lang. Da seht ihr dann hin und wieder auch mal ein anderes Gesicht, nämlich meinen Kumpel David, der mich hier bei den Reviews ein kleines bisschen unterstützt, damit wir da entsprechend mehr abarbeiten können. Und schlussendlich gibt es noch für den absoluten E-Zigaretteneinsteiger die Dampfakten, was im Endeffekt ein Videolexikon rund um das Thema E-Zigarette ist, mit vielen, vielen Begriffen, die dort einzeln erklärt sind. Werbung gibt es hier keine, wie euch vielleicht schnell auffallen wird, und zwar aus gutem Grund. Denn die Einnahmen von den YouTube-Werbeeinblendungen stehen in keinem Verhältnis zu dem Grad, wie nervig sie für den Zuschauer sind. Ich nehme auch kein Geld für irgendwelche Auftrags- oder Gefälligkeitsvideos. Ich habe mich stattdessen entschlossen, maximal unabhängig zu sein, indem ich sage, ich biete an, wer mich unterstützen möchte, kann das über Patreon tun. Den Link dazu findet ihr auf der Hauptseite rechts oben oder immer in der Videobeschreibung. Apropos Videobeschreibungen, da solltet ihr bei mir sowieso mal reinschauen. Ich gebe mir nämlich gerade bei den Faktenvideos und bei den News immer große Mühe, alle weiterführenden Links, Quellen und Daten nochmal zu verlinken, damit ihr euch weiter zum Thema einlesen könnt, wenn das entsprechend interessant für euch ist. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr direkt ein Abo dalasst und sage ansonsten viel Spaß mit den Videos. Tschau.